Der Andreas hat im Jahr 2010 da in die GGB ein Otter hingefragt, vielleicht auch so eine strategische Ausrichtung. Es ist das gute Leben für alle. Mittlerweile muss man aber sagen, ist es das gute Leben für alle in ganz, ganz vielen, sozusagen, Zeitungsartikeln, wissenschaftlichen Artikeln, Büchern, Gegenstand der Diskussion. Wir freuen uns jetzt, deinen Input, Zeit für das gute Leben, einen Ausblick zu hören. Wer hätte das nicht gern, Zeit für das gute Leben? Wir wollen alle mehr Zeit für unsere Freundinnen und Freunde, für die Familie, für Schwimmen, Kino, ausspannen. Erte Kossek hat ja einige Interviews geführt mit den jungen Menschen, dort festgestellt, auf den Punkt gebracht, worum geht es, extremes Glücklichsein von mir und meiner Familie, sein Glück und das Glück seiner Freunde finden, mit sich und anderen Glücklichsein, Sorgen freien. Was die Jugendlichen auszeichnet, was in gewisser Weise aber nicht nur die Jugendlichen auszeichnet, ist, dass die Frage des guten Lebens privatisiert wurde. Eine Privatangelegenheit, ich schaue, dass ich das für mich richten kann, für mich, meine mir nahestehenden, etwas Gutes zu schaffen. Und gleichzeitig haben wir auf der Sommerakademie einmal mehr gemerkt, das Ganze hat ja System. Beschleunigung, Zeitmangel, Burnout, das trifft ja nicht nur mich, das geht den anderen genauso, wir sind in einem ähnlichen Hamsterrad. Das ist gemacht, politisch gemacht und die gute Nachricht ist, ja dann ist es aber auch veränderbar. Und so möchte ich in den nächsten 20 Minuten mich mit zwei großen Fragen beschäftigen. Mit der einen Frage, was denn zu diesem rasenden Stichstand gekommen ist. Und was wir tun können, vor allem, wenn wir politisch interessiert sind, wenn es uns darum geht, gemeinsam etwas voranzubringen, wie können wir es denn angehen, den Hunger in dieser Welt abzuschaffen, Ecosight zu verhindern, oder was sonst uns als Einzelne gemeinsam antreibt. Ja, wie ist es zu diesem rasenden Stichstand gekommen? Diese Geschichte der Beschleunigung ist zum Teil eine Geschichte des technischen Fortschritts, Eisenbahn, Internet, was es so an technischen Veränderungen gegeben hat, die das Leben schneller gemacht haben. Aber es ist vor allem auch eine Geschichte der sozialen Beschleunigung. Ich werde das im Übergang von einer traditionellen, zu einer modernen und postmodernen Gesellschaft versuchen, ganz kurz herauszuarbeiten und mich dort wesentlich auf die Frage der Gestaltbarkeit von Zeit konzentrieren, weil es eben unser Anliegen ist, dass die Zukunft anders sein sollte als die Gegenwart. Das ist ja unser grüner Anspruch, dass sie nachhaltig, solidarisch ist und in dem Sinn ein Stück anders als sie jetzt ist. Und wir werden, auch wenn wir ganz schnell durch die Zeit marschieren, feststellen, dass das, was wir heute im 21. Jahrhundert an Zeitwahrnehmung haben, was wir brauchen, einiges mit dem zu tun hat, was in traditionellen und modernen Gesellschaften das Zeitverständnis war. Beginnen wir also mit dem traditionellen, vormodellen Zeitverständnis. Das war wesentlich geprägt durch die Landwirtschaft. Es war langsam, es war zyklisch, es war abhängig von der Natur. Tageszyklen, Jahreszyklen, Erntezyklen. Und es ist dieses Kreislaufdenken, das ganz offensichtlich ein traditionelles Denken ist und gleichzeitig ein Denken, das wir in der Ökologiebewegung wiederentdeckt haben und das wir wesentlich trauen werden, um mit diesem Planeten sorgsam umgehen zu können. Wir haben sich wiederholende Wirtschaftskreisläufe, aber wir haben auch sich wiederholende Lebensprojekte. Der Vater des Schmieds war voraussichtlich aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein Schmied und sein Sohn wird das ebenfalls gewesen sein. Eine Bäuerin hat Eltern, die in der Landwirtschaft tätig waren und Kinder, die voraussichtlich auch das gleiche Machen gemacht haben. Eine ständische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo jeder, jede ihren Platz hat. Das Schicksal legt das fest. Fatalismus ist eine logische Konsequenz, mit dem auch umzugehen. Und das ändert sich dann in der Moderne. Der bestimmende Wirtschaftssektor ist die Industrie. Die Industrie löst sich schon ein Stück weit von der Natur. Sie ist schneller, der Produktzinkluss ermöglicht Beschleunigung. Und auch wenn am Anfang noch die Reproduktion im Vordergrund gestanden ist, also das Wiederherstellen des Zustands, so wie es vorher war, geht es dann doch recht rasch um etwas, was bei Heidel Swiss noch Improvement, Verbesserung heißt, und dann später Gross-Wachstum geworden ist. Es ist eine lineare Vorstellung, Fortschritt, Höherentwicklung. Es ist eine Vorstellung, dass es ein Ziel gibt, das wir planen können und gemeinsam erreichen. Das war der große Umbruch, den die Moderne gebracht hat. Bei Karl Marx und Friedrich Engels heißt das dann, alles Ständische und Stehende verdampft. Ja, und das ist eine Chance. Das ist eine Chance für Emanzipation. Ich muss nicht das Gleiche machen wie meine Eltern. Ich kann mich selber entscheiden. Ich habe Freiheit, was anderes zu tun. Zuerst galt das für wenige, doch relativ bald durch den Sozialstaat, für die Allermeisten zumindest in Westeuropa. Wir haben, ich habe ja eingangs am Donnerstag auf den Dialekten gesprochen, eine spannende Dialektik in der Moderne von Stabilität und Wandel, die Sicherheit, die soziale Sicherheit, die Sicherheit des Sozialstaats, ermöglicht und war Grundlage individueller Freiheit. Mobilität, die Möglichkeit reisen zu können, aber auch die Möglichkeit sozialen Aufstiegs, dass es den Kindern einmal besser geht als wir. Das war über Generationen etwas, was Realität geworden ist. Diese Veränderung, diese Möglichkeit der Weiterentwicklung gingen eher auf der anderen Seite in so etwas wie Lebensphasen. Ausbildung, Beruf, Wohlstand, alles hatte seine Zeit. Mit wenigen Entscheidungen hast du eigentlich dein Leben auf Schiene gebracht. Die richtige Berufswahl, die richtige Wahl der Partnerin, die richtige Wahl des Wohnorts. Und auch im Politischen gab es so etwas wie ein Projekt. Liberalismus als Freiheitsprojekt, Sozialdemokratie als Projekt des sozialen Aufstiegs. Und in den letzten Jahrzehnten ist dieses moderne Denken, dieses moderne Selbstverständnis noch einmal ersetzt worden, noch einmal beschleunigt worden durch die postmoderne und den neoliberalen Kapitalismus. Dominant wird nämlich jetzt die Finanz, die Wirtschaft. Die Börse, ganz rasch, ganz schnell werden hier Werte geschaffen, werden hier Entscheidungen getroffen. Der Shareholder-Value bringt das Ganze in die Industrie. Betriebe werden kurzfristig bewertet. Du musst ganz kurzfristig auch zeigen, dass du profitabel bist. Diese Beschleunigung im Ökonomischen aber geht einher mit einer seltsamen Erstarrung im Politischen. Sachzwänge, dieses Wort, ist nicht so alt. Das ist ein Wort der letzten Jahrzehnte. Der is no alternative, wie Margaret Thatcher gesagt hat. Das Ende der Geschichte, das Ende der großen Erzählung. Wir haben politisch, kulturell so etwas wie den neuen Fatalismus. Nichts geht. Die einzelne Person, Beate Grossäcker spricht von angepassten Hedonisten, die einzelne Person nützt Gelegenheiten. Hartmut Rosa spricht von situativer Identität. Planen, das ist nicht mehr. Worum es geht, ist auf der Welle zu reiten, Möglichkeiten, die sich ergeben, zu nutzen. Ein Job, der sich da anbietet, sechs Monate nach Amsterdam gehen, eine Lebensabschnittsbereiterin zu wählen. Wir haben mehr Möglichkeiten, wir wählen, wir müssen wählen. Welche Schule für das Kind, welchen Telefonanbieter, wie steige ich und wo, auf welchen Stromanbieter um. Und auch in der Politik ist es so etwas wie situative Politik. Ziellos die Möglichkeiten nutzen. Angelika Merkel ist da wohl ein Paradebeispiel für diesen Opportunismus. Gestern für Atom, heute gegen Atom. Gestern ein bisschen mehr für den sozialen Zusammenhang, dann wieder radikaler Neoliberalen. Durchwursteln ist die Devise. So haben wir für die Einzelnen das, was Peter Heintl mit rutschenden Abhängern anhand der E-Mails schon dargestellt hat und in der Gesellschaft in den Ratsenden steht statt. Und die postmoderne Direktik von Stabilität und Wandel ist dann die rastlose Unwürdigkeit bei gleichzeitigem Einfrieren bei kulturellen, politischen Strukturen. Und so ist zu verraten, ob nicht diese hektische Beschleunigung, dieses wir haben für nichts Zeit, nicht ein Ablenkungsmanöver ist, dass wir uns nicht den wirklich wichtigen Fragen widmen können. Und die wirklich wichtige Frage ist, wir wissen ja, wir haben einen Klimawandel, wir wissen, dass noch über fast eine Milliarde Menschen hungern. Da ist eine Menge zu tun. Und da gibt es eine Menge, wo wir politisch gefordert sind. Ja, aber wie gehen wir es an? Wie können wir es angehen? Und das ist das, mit dem ich mich jetzt im zweiten Teil widmen möchte. Das Erste und das Wichtigste, und das ist ja in einer Zeit der Beschleunigung und der Hektik schon einmal etwas ganz, ganz Schwieriges müssen wir uns teilnehmen, um uns diesen Fragen zu verbringen. Gemeinsam nachzudenken, zu überleben, wie wir es hier in dieser Sommerakademie auch tun. Weil, wenn alle senden, hört eigentlich niemand mehr zu. Wenn alle senden, denkt auch niemand mehr nach. Wie uns Beate Grossinger gestern erzählte. Und wenn wir die Brave New World nicht wollen, sondern wie, und das hat Hans Rötzinger gestern, uns in Erinnerung gerufen, mit Robert Jung, dem grünen Präsidentschaftskandidaten, meiner Zukunft ist gestaltbar. Und es geht darum, die Möglichkeiten, die positiven Möglichkeiten dieser Zukunft zu nutzen. Dann sind wir als Grüne, als Engagierte gefragt. Und daher möchte ich, und das ist ein wesentlicher Ziel in diesem kurzen Vortrag, auf etwas ganz Banales, vermeintlich Banales heraus, nämlich, dass wir diesen Gestaltungsdienen uns wieder aneignen. Dass wir wieder so etwas, dass wir etwas wollen von der Zukunft, dass wir wollen und gemeinsam wollen, dass diese Zukunft anders wird, anders werden kann, dass wir ein Stück weit auch die Überzeugung, die Energie und die Kraft haben, an so einer anderen Zukunft zu arbeiten. Weil, wie ich gesagt habe, das ist eigentlich das, was uns für die letzten Jahrzehnte ein wesentliches Stück weit verloren gegangen ist. Wenn das Bild, wie wir uns Zukunft vorstellen, das Wellenreiten ist, nehmen wir es einmal ernst, wohin ein hunderschöner Sport und viele Menschen, die das können, macht es auch Spaß, es macht Spaß, denen zuzuschauen, die das wirklich können. Nur, es ist garantiert, dass ich immer wieder an den Strand zurückkomme. da gibt es relativ wenig andere Zukunft. Nehmen wir das Segeln, und das wäre mein Vorschlag, das, was wir gemeinsam tun sollten, vielleicht mit Segeln zu beschreiben, dann ist es auch ein Umgang mit der Natur. Dann nehmen wir die Natur, so wie sie ist, und nützen sie, und gleichzeitig brechen wir zum neuen Informat. Und das wäre das, was mein Wunsch wäre, ein Stück weit auch aus dieser Sommerakademie mitzunehmen, im Willen, das Bestreben, die Energie gemeinsam aufzubrechen. Weil grüne Politik braucht, Nachhaltigkeit braucht, den Blick in die Zukunft. Und Kurt hat es ja schon angesprochen, seit 2010 hat die grüne Bildungswerkstatt diesen Schwerpunkt, Gutes Leben für alle, und es ist in dieser Diskussion, wohin soll die Zukunft gehen, wie können wir sie gestalten, ein Angebot, ein Denkangebot, an die grüne Bewegung, auch an die Gesellschaft, zu sagen, wenn wir im 19. Jahrhundert in der liberalen, bürgerlichen Emanzipation ein gutes Leben für wenige geschaffen haben, im 20. Jahrhundert diesen großen Schritt zum guten Leben für alle im Sinne von Konsum, im Sinne von sozialen Rechten, aber auch im Sinne eben dieser nicht nachhaltigen Ausbeutung der Natur, das war ja die große Schattenseite des 20. Jahrhunderts. So geht es im 21. Jahrhundert und darin sehe ich unsere Aufgabe, unsere Herausforderung, aber auch unsere Chance, daran zu arbeiten, dass ein gutes Leben für alle jenseits der Wachstumslogik, jenseits der Vereinzelungslogik, möglich ist. Und wohlgemerkt, und das ist die große Herausforderung für alle und nicht nur für wenige. Dafür braucht es, weil niemand genau weiß, wie denn diese Gesellschaft ausschaut, das wäre wohl vermissen, braucht es eine Suchbewegung. Harald Welser hat hier an diesem Ort, er ist da drüben gestanden vor zwei Jahren, am Ende der Sommerakademie gesagt, wir brauchen eine Suchbewegung. Ich würde sagen, wir brauchen eine nicht-dogmatische, pluralistische Suchbewegung, die Energie, die Kreativität, die Intelligenz, alle mehrjenigen, die Nachhaltigkeit mit Solidarität verbinden wollen. Es geht darum, dass wir gemeinsam beweisen, dass ein anderes Leben kein ärmeres Leben sein muss. Dass materieller Wohlstand nicht allein das Ziel der Gesellschaften ist, sondern dass wir Wohlstand und Zeit anders verstehen müssen und dass wir einen anderen Umgang mit Wohlstand und Zeit erarbeiten sollen. In dem Film, den wir da ganz kurz gezeigt haben, ein sehr spannender Film, wir wollten ihn zeigen, da es ein Hollywood-Film ist, kann man solche Filme nicht zeigen, außer von Schulz, das nur am Rande. In dem Film sagt der Zeit-Milliardär zum Zeitarbeiter, die Wahrheit ist, es gibt mehr als genug. Niemand müsste vor seiner Zeit sterben. Mehr als genug. Ich glaube, in dem Raum ist es klar, dass wir Umverteilung brauchen, dass es darum geht, die angehäuften, unglaublich großen, privaten, privatisierten Vermögen ein Stück weit zu besteuern, Vermögenssteuern, Abschaffungssteuern. Ich glaube aber, dass es zwar auch um eine Umverteilungsdebatte in dem Sinn geht, dass die einen weniger haben sollten und andere ein Stück weit mehr. Ein bisschen die Bier-Diskussion von Thomas Sittlatschek. Das ist eine nicht unwichtige Frage, aber ich glaube, die wirklich wichtige Frage, und worum es geht, ist eine Umverteilung hin dazu, dass wir gemeinsame Güter haben, gemeinsame Nutzungsmöglichkeiten, die Chance, gemeinsame Infrastruktur zu haben, um gut miteinander und als Einzelne zu leben. Das ist vielleicht nicht ganz trivial und daher ende ich auch mit zwei Handlungsfeldern, wo ich meine, dass da ein gemeinsames Bemühen sinnvoll notwendig, aber auch Spaß machen ist. Das erste ist das Handlungsfeld Zeitunstand. Auch das ist mehrfach schon gesagt, und logischerweise gilt es, hier Widerstand zu leisten gegen Arbeitszeit, Verlängerung, Rückfalling, vormoderne Arbeitsbeziehungen, jederzeit verfügbar sein, kein Urlaub, rentbestimmte, Flexibilisierung. Aber im Sinn einer Postwachstumsgesellschaft, so wie es uns auch in der Zusammenarbeit mit der grünen Wirtschaft ein ganz wichtiges Thema ist, wo wir ein Stück weit weiterkommen wollen, geht es darum, weil es ja weiter Produktivitätswachstum gibt, so ist es umso notwendiger, dass die Erwerbsarbeitszeit sich verringert. Das ist das, was in den letzten Jahrzehnten nicht passiert ist. Ja, ganz im Gegenteil, es ist der Workaholic sogar zum Rollmodel, zum Vorbild geworden, derjenige, der nicht genug Erwerbsarbeiten kann, und nicht genug zu dieser wachstumsgetriebenen Wirtschaft beitragen kann, gilt als Vorbild, wo doch genau diese Person, die ist, die wenig Zeit für die Familie hat, die wenig Zeit für Freundinnen und Freunden hat, die sich in der Regel nicht engagiert in der Feuerwehr, im Sportverein oder in der Pflege von Angehörigen. Was sie brauchen, wäre ein anderes Vorbild, wäre eine Gesellschaft, der Menschen, die in einer ausgewogenen Art und Weise zwar Erwerbsarbeiten, aber auch Zeit haben, für sie selber Zeit haben, für die anderen Zeit haben, für politisches Engagement bei Greenpeace, in der Gewerkschaft und vielleicht auch in der grünen Bildungswerkstatt oder in den Grünen. Das ist der erste Punkt und der zweite Punkt ist, und auch da schließe ich ein Stück an das an, was die Beate Posseger auch gemeint hat, vielleicht ist die Kommunalpolitik der Anknüpfungspunkt, wo junge Menschen begeistern können. Ich glaube, auch da wieder über die Jungen hinaus ist es für uns alle ein spannendes Leben, weil es konkret ist. Und wenn wir ein gutes Leben für alle denken, und ich komme ja aus der Entwicklungsforschung habe mich viel mit Lateinamerika beschäftigt, viel mit den großen Fragen eben von Hunger, Elend und so weiter. Und trotzdem glaube ich, dass unsere Aufgabe hier in Europa ganz wesentlich ist, die Hausaufgaben zu erfüllen, in dem Sinne, dass wir bei uns eine Infrastruktur schaffen, die weniger Ressourcen braucht, die weniger auch notwendig macht, andere Kontinente auszubauen. Das heißt konkret, eine Stadtverkurse und wieder, das heißt konkret, mehr Nachversorgung, mehr Parks, die Möglichkeiten, nicht unbedingt am Wochenende in die Zukunft fahren zu müssen, sondern es, Begegnungszonen in der Stadt zu haben, Plätze, Kultur, Angebote, etc. Und umgekehrt am Land die Infrastruktur zu schaffen, ein Leben auch ohne Auto führen zu können und daher ist der öffentliche Verkehr, der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in ländlichen Regionen wahrscheinlich eine der ganz großen Herausforderungen. Und weil ich die Zeit nicht sehr überschreiten will, ende ich zum einen einmal damit zu sagen, als Anregung für dieses gute Leben für alle und als nächste konkrete Schritte daran zu denken, mehr Land in die Stadt zu bringen, mehr Staat aufs Land, das vielleicht ein Ansatz ist. Ja, es ist Zeit für das gute Leben und ganz im Sinne des aktuellen Slogans der Grünen in diesen Wahlkampf und anderen Gelegenheiten. Gemeinsam schaffen wir das. Danke. Danke.